Go, Baby! Und Internet? Und YouTube! Und Google! Und Clipfish MyVideo! Komm, ich werde nicht von denen gesponsert, hör auf! Weiß nicht, warum du kriegst Millionen, aber... Coca-Cola, Fanta, Sprite! So, jetzt hab ich's! Wo sind wir hier gelandet, Kanto? Oh! Wie kann man ducken? Das war natürlich nur ein Scherz! Das muss die Stelle sein, an der der Tunnel nahe am alten Bunker verläuft. Platzieren wir hier die Ladung. Okay, lass uns hier die Ladung platzieren. Warum lachst du eigentlich? Ich weiß auch nicht, aber lass uns mal die Ladung platzieren. Schön fest drücken. Ja, ich hab sie und den... Ich bin der Erste. Ich hab sie vor dir platziert. Ach, verdammt, du bist auch meine Erste. Ah, verdammt! Ich bin zuerst gestorben. Das war ja... Verdammt, ich lebe noch. Oh Gott! Keiner hat gesagt, dass die Dinger explodieren. Tut mir leid. Okay. Das war ja schon mal... Das war echt super. Das Büro hätte diese Triebwagen im Fall eines Atomkriegs benutzt, um aus Moskau zu fliehen. Hat keiner gemerkt, dass Kersakow direkt unter Moskau sein Clubhaus errichtet? Unter der Stadt gibt es Dinger von diesen Bunkern Archer. Ich glaub, die haben uns gehört. Da klingelt irgendein Telefon. Mama, gehst du ran? Könntest du bitte deiner Großmutter sagen sie's halt? OBSI! Das war nur um die Spannung zu erhöhen. Also, ja. Ich mach jetzt auch was. Ich... Die Lichter, oder? Oh mein Gott! Du bist schuld! Du bist schuld! Es ist nichts passiert! Es ist gar nichts passiert! Es ist alles cool! Ich glaub, die sehen das anders. Nein, 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 nein! Okay. Oh! Da kommt dann links einer! Hilf mir! Ja, wenn ich jemand... Moment, Moment! Ich mach's! Ich rette dich! Ein Schulterschuss! Gezielt! Oh! Das war gemein! Wir erledigen sie ein für alle Mann! Ich möchte sie leiden sehen. Das läuft ja echt super hier jetzt wieder. Ah, Mist. Gib dir mal ein bisschen... Okay, okay, okay. Ein bisschen, aber nur. Nicht so viel. Nee, sonst... ...flatzt mein Kopf wieder. Ah, ich verwandle aus einer Pistole einer... ...zu einer Kalaschnikow, ja. Habe ich keine Money mehr. Oh, shit. Also, da kommt noch einer. Der schießt doch für mich. Der ist gemein. Okay, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Da unten versteckt sich einer. Ganz fiese Mies. Oh, shit! Gezielte... Gezielte fünf Schüsse habe ich abgegeben. In den Bauch. Super. Ja. Viele wissen ja nicht, du hast ja mal Jura studiert. Und weißt deshalb, wo die Punkte zur Akupunktur da sind. Und deswegen triffst du absichtlich die Stellen, die tödlich sind. Das wissen viele nicht. Das wissen viele nicht. Das... Ich muss sagen, das wissen ganz viele nicht. Und... ...dazu gehöre ich auch. Achso, ja, jetzt weißt du's. Ja, gut, das war lange her. Da war ich noch jung. Genau, genau. Also, vor ein paar Jahren. Monaten waren's. Dutzend. Ja. Monaten. Stunden. Komm, tu dich so. Was denn? Hast du die H-Creme genommen, die ich dir vorgeschlagen habe? Nein, siehste? Also. Aber ich hab sie mir woanders hingeschmiert. Und jetzt ist alles ganz... Warte, wo man... Leertaste. Dafür bin ich zuständig für die Türen. Für's Licht zuständig. So. Zurück gespult. Okay, für's Licht, sagste? Jopp. Was zum... Was ist denn? Hier ist ne Kamera! Ach, das, ich dachte, das wär... Ich hab... ...nochmal drauf geschossen, auf den sie auskommt. Beruhig dich, beruhig dich. Hey! Ich hasse Kameras! Hey! Gott! Ich will sicherlich wieder, dass ich Amnesia spiele. Okay. Ich will, dass die Cam links unten ist. Im nächsten Video auch rechts unten. Im anderen links oben. Okay, okay, es war nur ein Scherz. Hör auf damit. Die ist von selbst losgegangen. Von selbst. Ja. Weiß ja nicht, dass wir... Moment, hier ist was zum Klicken. Unterbrecher bedienen. Ah, dann ist der Strom weg. Ich bin der Hebelmeister. Wow, du hast da hinten... Da hat sich jetzt... ...überhaupt nichts getan, oder? Doch. Da hinten war Licht. Da hinten war Licht. Jetzt hast du's ausgemacht. Super! Wow! Also die Technik ist verblüffend manchmal. Das ist echt braun, ne? Man zieht einen Schalter und dann geht das Licht aus. Vielleicht finden wir ja noch einen. Das wäre ja richtig spannend. Jetzt sogar auf zwei Schalter? Ne, selten halbisch! Könnte es geben. Wo gehst du hin? Ich weiß nicht, hier ist ein Wachstum. Wow, da ist er schon... Scheint, als würden Yastraps Leute die Explosion auf ein Gasleck zurückführen. Das dürfte ihnen etwas Zeit verschaffen. Stoßen Sie in den Bürobereich vor und suchen Sie einen Offiziernamen. Sie brauchen ihn nur auf das Archiv des Nachrichtendienstes... Ah, Valentina. Brödler. Echt? C. Nein! Oh nein! Die armen Tür. Oh Gott, jetzt wissen die, dass wir da sind. Wir können irgendwie nach... Wow! Oh, zurück! Es tut mir leid. Das war mein Fehler. Moment. Ich guck kurz, wie man hier Nachtsicht aktiviert. Ich bin so müde. Ja, ruh dich auf. So müde. Moment mal. Ja, lass dir nur Zeit. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach ja, ich komm jetzt. Ach du kniest hier hinten. Na sicher. Kann man, dass ich draufkehre. Kannst du wieder Mund-zu-Mund-Plattung wieder? Okay, hier. Und... Nimm das! Danke, Kestrel. Du musst Z drücken. Wie Z? Wir haben so ne fette Sicht. Z. Ich kenne noch, wer ist die? Wer ist... Ja. Ist die anderen abmontiert. Ja. Das ist zu kompliziert. Ja. Oh Gott. Oh nein. Ähm. Hey, ich hab da so paar Jugendsünden. Was? Intimpiercings. Ist das ein Metalldetektor? Ich muss da glaub ich drum rum. So. Nicht schlecht. Ich wär jetzt gerade durchgegangen. Echt? Wenn du mir nichts von deinen schmutzigen Details erzählt hättest. Ja. Aber das tue ich doch immer gerne. Hey. Das ist nur aufwändig so. Aber ich dance doch Musik ab. Das ist entspannt. Verdammte Scheiße. Wo kommt der denn her? Oh Gott. 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 Echt? Schöne Rolle muss ich sagen. Schöne Rolle. Was mach ich? Was mach ich? Er hat mich. Aha. Ok. Er geht mir fremd. Super. Ok. Ich soll rauskommen? Ach ich kann dich retten jetzt. Und dann fällst du zu Boden. Ich. Guck mal jetzt. Will ich das nicht zusehen wie er mich von hinten umarmt? Ach du lebst? Ja natürlich. Ich hab mich nur... Nein. Jetzt nicht mehr. Beleb mich wieder. Ja. Wenn ich wach bin. Dann mach ich das. Danke. Er hat mich zu Tode umarmt. Ich hab nicht ganz zu deine gedacht. Ja das war jetzt... Ja. Aber immerhin sind wir hier. So du hast diese Tür aufgebrochen ne? Ja. Willst du damit sagen, dass es mein Fehler war? Will... Ich wollte damit sagen, dass ich's machen wollte. Na war das... So jetzt mach die. Fertig. Da kommt jetzt jemand. Da kommt jetzt... Ok. Ist er? Ja gut. Weil ich dich gewarnt habe. Hast du... Ja gut. Das zählt jetzt nicht. Ok. Ja gut. Ja du hast mich gewarnt. Ok. Ja natürlich. Natürlich. Pass auf. Da kommen jetzt... Circa 10 Leute. Ich hab dich gewarnt. Ok. Das ist fair. Ok. Pssst. Da komm jetzt. Ich weiß nicht, weil... Da hast du ne Schall der Pistole und das Ausmachen des Dicks macht ein Geräusch. Ok. Ja ich... Ich hab halt hier so Kerzen mitgebracht. Die wollte ich mal im Laufe des Let's Plays jetzt mal anzünden. Oh, da sind sie. So. Warte. Du nimmst einen und ich nehm einen. Ok. Kommt mit rechts rechts. Ich nehm rechts. Komm. Drei. Zwei. Ich bin noch nicht mal bei dem Linken. Ich bin noch nicht mal bei dem Linken. Der Link ist dort. Da. Der rechte auch. Gut. Ja kein Problem. Das ist total easy wieder. Echt das ist... Wir sollten natürlich mal ein schweres Spiel suchen. Genau. Sowas wie... Dark Souls. Wollen wir Dark Souls dann danach hier durchspielen mal eben? Das hör ich schon dreimal. Dreimal ne? Als Battler. Ja genau. Dreimal installiert dann. Weil ich es kaputt gemacht habe. Was ist... Oh nein. Hast du wieder ein SMS bekommen? Valentina! Ich spring mal hier drüber. Ok. Da drüben ist einer. Wo? Wo? Ah hier. Ok. Jetzt weiß ich's. Ich dachte der sieht sich nicht. Oh nein. Warte. 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 Oh nein. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Modak. Oh oh. Das sind... Trillionen. Wenn nicht sogar Pillionen. Das sind... Oh mein Gott. Wenn nicht sogar Hunderte. Warte. Ja und dann kommen noch ihre Zwillinge da hinten. Scheiße. Warte, 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 warte. Oder ne. Schieß, 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 schieß. Au! Okay. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon. Duck dich! Mist, 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 Mist. Ich bin völlig erschöpft. Ok, du... Ich hol dich gleich. Ja ne, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ok. Wir nehmen 11 Minuten auf. Lass dir Zeit. Was ist noch? Oh nein, 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 nein. Da sind noch 3. Ok, ok, ok. Ich merk schon, hier sind überall welche. Du bist... Warum hast du dich von mir entfernt, wenn ich tot bin? Ähm, um dich zu retten. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Denk noch ein bisschen drüber nach, während ich weglaufe. Ich hab... Ich lass mir noch 24 Sekunden Zeit öffnen. Scheiße, du hast nicht mehr viel. Ok, 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 ok. Ok. Das ist nicht gut. Das hast du absichtlich gemacht. Nur um mich nicht retten zu müssen. Ach nein. Ja, sehr gut. Sind wir jetzt wieder bei der Waffenkammer? Nein. Nein, oder? Wir sind weiter. Nein! Ein wenig. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, hab ich die Cheats den... Was? Ähm, die Chips. Die Chips hast du mitgenommen, ja. Die Chips hab ich mit... Ja, kein gut. Eigentlich schon. Gut, ich meine... Ähm, ja, wir sind jetzt bei 12 Minuten. Ich denke, wir sollten hier ersetzen. Wir sollten sagen... Ja klar, das reicht ja auch, ne? Wir sind ja ziemlich weit gekommen. Wir wollen ja nicht das ganze Spiel in einem Part durchspielen, ne? Sag ich mal so. Ja, eben. Also, ich glaub, die Leute wissen jetzt, wie das Level aussieht nach den 50 Malen. Wollen wir das probieren, ja? 50 Malen. Malen ist die Mehrzeit von... Mehrzeit von... Was? Ja, also... Ja, also... Mal... Mal... Malz und Malz mit Z. Oder Male. Ist... Malz... Malz ist die Mehrzeit? Mehrzeit? Warum... Ich... Welche Zeit? Willst du wissen, wie spät es ist? Ja. Ähm... Naja... Ja, wenn du die Zeit malst... Ähm... Naja, man malt auch andere Sachen. Büchern. Naja, ähm, gut. Sehen wir uns im nächsten Grad wieder, ne? Ruf den Arzt an und frage ihm was mit meinem Gehirn. Oh ja. Gut. Und bis später. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss...